In diesem Jahr ist der evangelische Kirchentag in Dortmund. Was meinen Sie? Kommt Jesus auch? Ja, wenn er eine Karte hat, denke ich. Nein. Wenn Jesus da wäre und Zeit hätte, dann würde er wahrscheinlich hingehen. Na, das glaube ich nicht, dass er kommt. Unbedingt. Ich glaube nicht, dass er kommt. Warum nicht? Ich glaube, die Welt wäre ihm zu kompliziert. Ich glaube, dass Jesus ein tolles Sinnbild für uns ist, aber ich glaube, die Figur, die Körperlichkeit, die spielt da gar nicht so eine Rolle. Ich glaube allgemein nichts. Hier oben an der B1 steht immer so eine schwarze Mutti und die hält immer ein Schild hoch, hier oben an dieser Ampel, an der großen Kreuzung an der B1. Und da steht immer weiß auf blau, Jesus rettet. Also ich glaube, Jesus ist schon in der Stadt. Ich bewundere oder beneide eigentlich Menschen, die das so für sich entschieden haben und die das sagen können. Und die sagen können, sie haben ihren Gott. Das kann ich für mich nicht sagen. Sprechen Sie mit Gott und in welchen Situationen sprechen Sie mit ihm? Nee. Gar nicht? Nee, ich glaube auch nicht an Gott. Sie glauben nicht an Gott? Nee. Das Problem bei mir ist, und deswegen bin ich ja Agnostiker und kein Atheist, ich will ja glauben. Wenn ich glauben würde, dass es Jesus als Gottes Sohn gegeben hat, dann sind wir im Geschäft. Ich glaube das aber nicht wirklich. In diesem Jahr findet der evangelische Kirchentag... Oh nee, darüber nicht, bitte nicht. Dankeschön. Meinen Sie, Jesus kommt auch? Ich denke, dass Jesus allgegenwärtig ist. Wenn Jesus den Kirchentag verlässt nach vier Tagen, wie würden Sie ihn verabschieden? Ich würde mit ihm gehen. Der Kirchentag findet in diesem Jahr in Dortmund statt. Meinen Sie, Jesus kommt auch? Mit Sicherheit, er ist überall. Warum soll er nicht nach Dortmund kommen? Können Sie sich vorstellen, dass Jesus zum Kirchentag gehe? Nein. Ich finde, Religion ist irgendwie oft auch was Schlechtes. Das führt immer zu Ärger. Ich finde, man kann auch einfach so an Gott glauben. Kommt Jesus auch? Was meinen Sie? Das weiß ich nicht. Und Sie? Wer soll kommen? Er hört ein bisschen schlecht. Kommt Jesus auch zum Kirchentag? Weiß ich nicht. Ich bin 80 Jahre geworden, ich habe den noch nie gesehen, den Mann. Ich bin 80 Jahre geworden.